Hallo, wir sind Marques und ich heiße Sascha. Ich bin Dominik. Christian. Und heute stellen wir unser neues Album Favoritas vor. Das war ungefähr im Jahr 2000. Da sind wir zusammen im Studio gewesen und haben für andere Künstlerproduktionen gemacht, Songs geschrieben. Und ich glaube, da sind wir auf den Geschmack gekommen oder haben gemerkt, dass wir auch so eine Musikrichtung zusammen gerne mögen oder zumindest haben wir kreativ zusammengearbeitet. Und so entstand eigentlich auch Marques. Der erste Song, den wir gemacht haben, den haben wir glatt auf vier Sprachen ausprobiert und da liefen die Sprachen auch durcheinander. Und da dachten wir uns, dass vielleicht doch ein bisschen viel an Sprachenwirrwarr und haben uns dann die Sprache rausgepickt, die für uns am besten klang, die am besten zur Musik passte. Und das war Spanisch. Und das hat uns dann so gekickt, dass wir einfach dabei geblieben sind. Marques steht für einen gewissen Sound und wir wollten einfach mal schauen, wie klingt es, die Favoriten, die Favoritas von uns in unserer Art und Weise zu produzieren. Wir haben einfach mal alle unsere Lieblingslieder so zusammengetragen und festgestellt, dass es wirklich jede Menge Übereinstimmung gab. Und das war eigentlich die Basis für das ganze Album jetzt. Am Ende fühlt es sich an wie ein Marquesalbum mit aber altbekannten Hits. Am Ende fühlt es sich an wie ein Marquesalbum mit einer Art und Weise zu produzieren. Ja, Porqué te vas kenne ich tatsächlich aus meiner Kindheit noch und fand ich damals super diesen Song. Er hatte auch so einen leichten, schmülen Disco-Sound, der hat mich total begeistert, komischerweise als Kind schon. Und wir haben das auch immer nachgesungen und wussten gar nicht, dass das Spanisch ist. Und dieses Kinderspanisch ist ja was ganz besonderes. Ich weiß heute noch, was ich damals gesungen habe, aber ich sag es nicht. Es ist eine wunderschöne Ballade, ganz emotional. Also ich persönlich habe mich in die Nummer verliebt und ich freue mich auch schon, das Lied mal live zu spielen. Quantanamera kennt man ja jetzt schon in sehr, sehr vielen Versionen und das war auch der Reiz für uns. Wir wollten mit unserer Version halt nochmal ein ganz neues, spezielles und auch sehr gefühlvolles Licht auf den Song werfen. Unsere Single El Prompompero bringt für uns auf den Punkt, was wir eigentlich in unserer Musik ausdrücken wollen. Wir sind ganz in der Nähe von der Stadt des Interpreten, des Originalsongs, Manolo Escobar und versuchen halt die Vibes Spagens jetzt hier einzufallen. Ja, nachdem wir einige Songs ausprobiert hatten, war dann El Prompompero der, der uns am meisten gekickt hatte am Anfang. Und der hat dann tatsächlich eigentlich die Grundlage für das ganze Album Favoritas gelegt. Ja, Marquez ist nicht einfach nur eine Band, sondern wir sind halt wirklich Freunde. Wir machen sehr viel oder unternehmen sehr viel zusammen, auch privat neben der Musik. Und diese Freundschaft, diese Freude, die versuchen wir natürlich auf der Bühne auch zu transportieren. Was mich an Favoritas wirklich gekickt hat, ist eigentlich, dass es viele Fragen auf einer musikalischen Art und Weise beantwortet, die wir immer in Interviews gestellt bekommen. Warum singt ihr auf Spanisch? Wo kommt eure Musik her? Was sind eure Wurzeln? Und eigentlich ist damit Favoritas dann eigentlich so das wahre erste Album, das Debütalbum von Marquez, weil es eigentlich unsere Wurzeln wirklich mal zeigt. Und wir sind ganz begeistert.